Die deutsche Bundesregierung prüft, den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei vom Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G in Deutschland auszuschließen, aus Datensicherheitsgründen. Chinas Telekom-Gigant Huawei wird Spionage für die chinesische Regierung vorgeworfen. Deswegen ist der größte Telekom-Ausrüster und zweitgrößte Handyhersteller der Welt bereits praktisch vom Netzwerkmarkt in den USA ausgeschlossen und steht im Fokus von Ermittlungen der US-Justizbehörden, die bald zu einer Anklage führen könnten. Huawei weist die Spionagevorwürfe vehement zurück. Nach einem Handelsblattbericht denkt die Bundesregierung bereits konkret darüber nach, wie der Konzern vom Aufbau der Infrastruktur ausgeschlossen werden kann.